Hey Freunde, willkommen zurück bei Let's Play Skyrim. Wir sind im Vollkultur-Hügelgrab und hier sieht es aus, als wäre sehr viel schief gegangen. Oder warum sind hier so viele Tote? Er läuft wieder in die Falle wie ein Rindvieh. Warum sind hier so viele Tote? Eine Drachenklaue. Elfenbeinklaue. Okay, und hier ist ein Rätsel. Ich nehme an, ihr wollt aus diesem Ruin jeden einzelnen Wertgegenstand mitnehmen. Habt ihr das gehört? Okay, hier geht es weiter, aber geh weg, Mann. Da war noch ein Fall. Äh, was ist hier? Okay, das ist nicht gut. Okay, wie funktioniert das? Äh, Schlange. Schlange, Schlange. Fisch, Fisch. Wo ist hier ein Hebel, was ich betätigen kann? Vogel. Also brauchen wir auch noch die Klaue. Okay, die Klaue brauchen wir. Müssen wir weiter reingehen, glaube ich. Nein, daneben. Ich hasse, Trauger. Ja! Voll in die Fresse. Okay, da war aber auch noch ein Gang. Hey, Maurizio. Komm her, Mann. Ich will hier nicht alleine durchlaufen, Mann. Oh, was sind meine Augen. Looten. Looten. Den haben wir schon. Den noch nicht. Wir brauchen natürlich Pfeile, Freunde. Wie heißt das? Pfeile regieren die Welt. Okay. Da geht's rauf. Da geht's rauf. Nein! Fuck. Wow. Hallo. Okay, komm, Maurizio. Rauf hier. 47 Stahlpfeile noch. Tagebuch. Wo ist diese Elfenklaue? Der hat sie. Elfenbeinklaue. Tagebuch. Okay, die sind wirklich blind. Erkunden wir das Geheimnis hier. Und hier sind überall Fallen. Muss ich nicht unbedingt rein. Da ist auch eine Falle ausgelöst. Scheiße. Naja. Die leben nicht, oder was? Sieht nicht einladend aus hier. Kammerizio. Da sind überall Trauger. Der steht auf, da hinten. Der nicht. Hier ist alles verkabelt, Freunde. Okay. Vier Möglichkeiten. Und den da. Äh? Öffnen. Ein. Ein noch. Fuck. So müsste es passen. Maurizio, bist du eh hinter mir? Wow. Sehr gut. Steinschlag. Weg. Die stehen auf. Also bleibt sitzen. Okay. Können wir runter, oder was? Falscher Hebel. Ah, hier ist ein Rätsel. Daneben. Das gibt's doch nicht. Okay. Was ist das für eine Platte? Sieht nach Drachenpriester aus. Sieht nach Drachenpriester aus. Äh, Vogel. Warum? Vogelschlange. Aber wo sind hier die Steine? Da geht's irgendwo rum? Da geht's irgendwo rum. Okay. Okay, wie kommen wir jetzt weiter? Warum gibt's da nichts zum Drehen? Vogel. Schlange. Fisch. Äh, Freunde, ich bin überfragt. Hier gibt's ja sonst auch keinen Hebel. Ich glaube, wir müssen zurück wieder. Hey. Gehen wir mal zurück wieder. Sehr komisch. Sehr, sehr komisch, Freunde. Okay, wo war das beim Anfang? Mit der Klaue? Hier, oder? Hier. Äh. Okay, das bringt mich aber nicht gerade jetzt weiter. Habe ich was übersehen? Kann das sein? Habe ich was übersehen? Und was öffnen wir hier? Hier mit? Hey, Maurizio! Ich glaube, wir haben irgendwas übersehen, Freunde. Ich glaube, wir haben irgendwas übersehen, Freunde. Wir haben das mit allen. Ich werde aber auch nichts wissen. Ich glaube, ich hasse solche Rätsel. Hier ist aber nichts mehr. Hier. Hier. Ah, da! Alter! Das ist unfair. Das ist unfair. Das ist unfair. Das ist unfair, Freunde. Alter, wie ein Dummkopf. Okay. Okay. Jetzt muss ich nochmal rüberschauen, wie das war. Schlange, Fisch, Vogel. Schlange, Fisch, Vogel. Schlange, Fisch, Vogel. Schlange, Fisch, Vogel. Ja. Und jetzt? Und jetzt? Alter, ich drehe durch. Okay. Jetzt probieren wir mal umgekehrt. Fisch. Also, Vogel, Fisch, Schlange. Schlange, Fisch, Vogel. Achtet auf Fallen. In alten Ruinen wie dieser Wimmel ist normalerweise davon. Und was ist hier? Boah, ich habe keine Ahnung. Jetzt geht's. Alter. Muss das alles so kompliziert sein? Muss das alles so kompliziert sein? Und es auch leicht gehen würde. Okay. Nein. 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 Daneben. Okay. Die Elfenbeinklinge brauchen wir Objekte. Sonstiges. Das ist, äh. Vogel, Vogel, Drache. Vogel, Vogel, Drache. Müsste funktionieren. Ja. Nice. Okay. Wir dringen weiter vor in der Höhle. Eisenhelm. Eisenhelm. Krypta. Oh. Alter, ist das groß hier. Das sieht nach Drachenpriester aus. Du meine Güte. Schau sich das mal einer an. Ja. Doch nicht. Mikrul Gauldursson. Der Name. Okay, man. Wir sind überladen. Oh, shit. Marizio. Warte, du musst mir was abnehmen. Waffen. Ihr braucht. Na schön. Was denn? Hebt das auf, Mann. Gut, verstanden. Soll es noch etwas? Ihr geht vor. Ich folge. Okay. Ein Traugersklave. Jetzt gehen wir mal looten. Zuerst. Da war auch nicht gerade ein krasser Gegner, der Typ. Wie liegt denn der da drinnen? Gau. Nein. Gau. Bloch. Worte wie dieser sind sehr geschichtsträchtig. Ich wette, diese Wände könnten erstaunliches erzählen. Ich glaube ich auch, mein Freund. Ich höre einen Drachenschrei. Komm, mein Freund. Bringen wir es zu Ende. Bringen wir es zu Ende. Yeah. Ah. Worte macht gelernt. Frost. Frost Atem. Oh, shit. Zwei Bögen. Zwergenschild. Ja. Können wir verkaufen. Was ist hier noch? Kaiserliche Sachen. Na ja. Okay. Jetzt haben wir zwei Bogen gefunden, oder was? Ja. Na schön. Was denn? Aufheben. Was braucht ihr? Gut. Verstanden. Den auch noch? Sonst noch etwas. Was braucht ihr? Alles. Sehr gut. Hauen wir ab von hier. Mein Freund. Was ist das? Eisen Zweihänder. Ja. Ja. Okay, Freunde. Hätten wir das auch? Wow. Okay. Wir sind wieder draußen. Was heißt das nur noch rausfinden? Äh. Nein. Oder? Nein. Diese Richtung müssen wir. Da runter. Und da wieder hoch. Das ist nur eine Falle, oder? Oder habe ich da was falsch gedreht? Probieren wir nochmal. Äh. Fischschlange. Fischschlange. Oh, da habe ich was falsch gedreht. Vogelschlange. Jetzt müsste es funktionieren. Und was bringt sich das? Komisch. Naja. Hätten wir das auch gelöst, das Rätsel. Okay, Freunde. Das war's für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Woiszeitkill. Haut rein.